Bei uns geht es hier weiter mit dem Thema Innovation, allerdings auch auf Verwaltungsebene. Brian, bei dir geht es jetzt um e-Democracy. Genau, bei uns geht es jetzt um Innovation in einem der wichtigsten Bereiche oder wichtigsten Grundrechte, die wir überhaupt haben als Demokraten und Demokratinnen, nämlich abstimmen und wählen. Wir reden über die E-Demokratie in der Schweiz. Bin ich gespannt und bin gespannt zu hören, wo da Bern sich verortet. Merci vielmals, Miriam. Und wir reden nicht nur über Bern, sondern über die ganze Schweiz. Bei mir habe ich wirklich einen sehr guten Gast für das, nämlich Barbara Perriard. Sie ist Juristin und führt seit 2010 die Sektion Politische Rechte der Bundeskanzlei. Ihr seid also eigentlich direkt zuständig für Planung und Organisation von den Wahlen, von den Abstimmungen und eben auch von e-Demokratien. Ganz herzlich willkommen. Merci vielmals. Frau Perriard, ihr werdet uns heute einen Einblick geben in aktuelles Stand für e-Demokratie. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich übergebe sehr gerne euch. Ja, vielen Dank. Zum Einstieg in das versprochene Update zur e-Demokratie wage ich die etwas plakative Aussage, dass manche politischen Akteure den Begriff der e-Demokratie mit dem Versprechen respektive auch der Erwartung gleichsetzen. Die politische Teilnahme werde durch die Digitalisierung umgewälzt und ausgebaut. Die Vision, so stelle ich fest, ist eine digitale Basisdemokratie, bei der nicht einfach über fertig geschnürte Abstimmungspakete entschieden wird, sondern eben ein Prozess, bei dem jeder, der will, einbezogen wird. Die Digitalisierung wird dabei als Katalysator für eine Demokratie verstanden, bei der das repräsentative Element zugunsten deliberative Instrumente zurückgedrängt wird. Eine digitale Basisdemokratie, also mit einer Involvierung der Bürgerinnen und Bürger in die Politikentwicklung, die sich nicht an Ideologien orientiert und damit auch Parteien, vielleicht sogar Politikerinnen und Politiker überflüssig macht und idealerweise sogar zum Mittel gegen Populismus wird. Die e-Demokratie oder auch die Digital Democracy ist, um mit Theodor Fontane zu sprechen, aber ein weites Feld. Versuchen wir deshalb, uns der Thematik etwas systematisch zu nähern. In der Definition der selbstverständlich ebenfalls digitalen Enzyklopädie Britannica wird die e-Demokratie als Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verbesserung bis hin eben zum Teilersatz der repräsentativen Demokratie beschrieben. Als theoretische Grundlage für diese e-Demokratie werden auch das habermassische Konzept einer politischen Partizipation und der Strukturwandel der Öffentlichkeit herangezogen. Dabei geht es bei diesem durch die Technologie getriebenen Strukturwandel um die Idee einer eigenständigen Kommunikationssphäre, in welcher sich Bürgerinnen und Bürger austauschen und sich ihre Meinung frei von staatlichem Einfluss, frei von grossen Medienintermediären und frei von sozialen Ungleichheiten bilden. Soweit, so theoretisch. Sehr viel näher an der Praxis orientieren sich Cillardi, Dermont und Kubli im Jahrbuch für direkte Demokratie 2019. In ihrem wirklich lesenswerten Beitrag stellen sie sehr nüchtern fest, dass demokratische Prozesse und Institutionen durch die Digitalisierung beeinflusst, respektive verändert werden. Sie sprechen von einer digitalen Transformation der Demokratie. Die genannten Autoren gliedern dabei die e-Demokratie grundsätzlich in drei Themengebiete. Erstens die digitale Verwaltung, zweitens die politische Partizipation und drittens die politische Meinungsbildung und Wahlkampf. Mit Blick auf diese drei Themengebiete lautet ihr nunmehr nicht mehr nüchternes, sondern eher ernüchterndes Fazit, die digitale Transformation der Demokratie hat die Schweiz bisher nur teilweise erreicht. Müssen wir daraus den Schluss ziehen? Die Bundeskanzlei und die Staatskanzleien der Kantone hätten als Hüterinnen der politischen Rechte die Digitalisierung im besten Fall verschlafen oder im schlimmsten Fall durch falsche Prioritäten verhindert? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir klären, worin denn eigentlich die Aufgabe und der Auftrag der Wahl- und Abstimmungsorganisierenden Behörden liegt. Ich fasse das so zusammen. Staatliches Handeln hat sich nicht an Erwartungen zu orientieren, sondern eben an den gesetzlichen Grundlagen und den dafür zugestandenen Ressourcen. Aus behördlicher Perspektive bilden diese den Rahmen und die Vorgabe, wenn es um die Digitalisierung der politischen Rechte geht. Für den Staat heisst das, bei der E-Demokratie geht es vor allem um Digitization, also die Transformation des Analogen in ein digitales Format, und nicht primär um Digitalization, also tiefgreifende strukturelle Änderungen. Auch wenn diese natürlich mitgedacht werden müssen. Mit Blick auf die politischen Rechte bedeutet dies konkret erstens die Bereitstellung einer funktionierenden Wahl- und Abstimmungslogistik auf der Basis klarer Spielregeln. Wer erhält wann und zu welchem Zeitpunkt welche Unterlagen? Zweitens die Ermöglichung einer freien Willensbildung, bei der die Behörden die Stimmberechtigten vollständig, sachlich, transparent und verhältnismässig informieren. Drittens die Organisation einer sicheren Stimmabgabe inklusive Schutz des Stimmgeheimnisses. Viertens die Bereitstellung einer zuverlässigen Ergebnisermittlung. Und fünftens schliesslich die Ermöglichung eines funktionierenden Rechtswegs bei Unregelmässigkeiten. Das sind die Kernaufgaben der Wahl- und Abstimmungsorganisierenden Behörden in der Schweiz. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einer Demokratie. Warum ich das dennoch betone? Weil Vertrauen in die Wahl- und Abstimmungsorganisierenden Behörden ein wichtiges Gut ist. Die ganze Welt blickt heute mit viel Spannung über den Atlantik auf die Vereinigten Staaten von Amerika, wo heute die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Nervosität ist gross. Und seit Wochen wird die Integrität des Urnengangs nicht zuletzt vom Präsidenten selber infrage gestellt. Fehlendes Vertrauen ist aber Gift für die Demokratie. Doch wo stehen wir denn nun in Sachen E-Demokratie? Ich stelle die steile These auf, die politischen Rechte sind weit stärker digitalisiert, als vielen Stimmberechtigten bewusst ist. Gehen wir der Sache auf den Grund und schauen uns den Abstimmungszyklus genauer an. Der Prozess für eine eidgenössische Abstimmung lässt sich grob gesagt acht Etappen zuordnen. In fast allen Bereichen hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Mit den rechtlichen Grundlagen sind nicht ausschliesslich Bestimmungen des Bundesgesetzes und der Verordnungen über die politischen Rechte gemeint, sondern namentlich auch die individuellen Anordnungen des Bundesrats. Und hier haben wir bereits den ersten Schritt, der digitalisiert ist. Nämlich die Bestimmungen werden publiziert und hierbei gilt das sogenannte elektronische Primat. Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in vielen Kantonen gilt mittlerweile das elektronische Primat. Also das heisst, die elektronische Publikation ist entscheidender und nicht die gedruckte Version auf Papier. Auch die kommunalen Stimmregister sind selbstverständlich digitalisiert. Die Files dienen wiederum als Grundlage für den Druck des Stimmrechtsausweises und den Versand an die Stimmberechtigten. Womit wir bereits bei der Abstimmungslogistik, also Schritt drei, sind. Hier hat uns die digitale Transformation noch nicht oder kaum erreicht. Die Stimm- und Wahlzettel werden gedruckt und den Stimmberechtigten ins Haus physisch zugestellt. Der Bundesrat hatte mit einer im Dezember 2018 vorgelegten Vernehmlassungsvorlage für eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vorgesehen, eine sogenannte teilweise Dematerialisierung zu ermöglichen. Kantone mit einem Anmeldeverfahren für E-Voting wären befugt worden, den angemeldeten Stimmberechtigten die Stimm- und Wahlzettel, die Abstimmungserläuterungen oder die Wahlanleitung und allenfalls weitere Unterlagen nicht mehr in Papierform zuzustellen, sondern eben hier wäre das elektronisch möglich gewesen. Die Gesetzesrevision wurde aber aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung nicht weiter verfolgt. Ob und in welcher Form gegebenenfalls ein neuer Anlauf hier zugenommen wird, muss ich für den Moment offen lassen. Bevor ich auf die Meinungsbildung und die elektronische Stimmabgabe, also die Schritte 4 und 5 in diesen Prozessen eingehen, möchte ich ein paar Worte zur Ergebnisermittlung sagen. Der Ergebnisermittlungsprozess ist weitgehend im kantonalen Recht geregelt. Die Kantone sind gemäss Bundesgesetz über die politischen Rechte für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf ihrem Gebiet zuständig. Diese dezentrale Organisation der Urnengänge ist sachgerecht und sie hat sich bewährt. Die Kantone verwenden dabei digitale Systeme zur Unterstützung dieser Ergebnisermittlung. Damit ist beispielsweise die Wahl- und Abstimmungssoftware gemeint, mit der die kommunalen Ergebnisse zusammengeführt werden oder die Sitzzuteilung bei Proporzwahlen berechnet wird. Jüngst wurde Kritik laut, verschiedene dieser im Einsatz stehenden Systeme hätten Schwachstellen und würden Sicherheitslücken aufweisen. Bund und Kantone haben unabhängig von der Zuständigkeit klar festgestellt, dass Mängel an den technischen Systemen und deren Betrieb analysiert und wo nötig behoben werden müssen. Die Kantone haben einen intensiveren Austausch in dieser Sache angekündigt und die Bundeskanzlei wird diesen Austausch unterstützen. Ausserdem hat die Bundeskanzlei vorgesehen, für das kommende Jahr unter Einbezug der Kantone eine Analyse der Wahl- und Abstimmungsprozesse vorzunehmen und bei Bedarf Massnahmen auszuarbeiten. Von den Wahl- und Abstimmungssystemen zu unterscheiden ist das sogenannte E-Counting, wie wir es beispielsweise hier in der Stadt Bern kennen. E-Counting ist ein klassischer Anwendungsfall, in dem manuelle Abläufe digitalisiert und in der Folge effizienter werden. Die Stimmzettel werden eingescannt und elektronisch den Ja-Stimmen oder Nein-Stimmen oder Leerstimmen zugeordnet. Dieses Verfahren muss vor dem Einsatz in den Gemeinden oder Kantonen für eidgenössische Abstimmungen vom Bundesrat bewilligt werden. Ausserdem überprüft die Bundeskanzlei die für das Verfahren benötigten besonderen Stimmzettel. Die Sicherheit ist also auch hier oberstes Gebot. Weit fortgeschritten ist die Digitalisierung zudem im Bereich der Information der Stimmberechtigten. Lassen Sie uns dies vertieft anschauen. Der Bundesrat hat einen gesetzlichen Auftrag mit Blick auf eidgenössische Abstimmungen. Der Bundesrat ist dabei aber in ein relativ enges Korsett an gesetzlichen Vorgaben eingeschnürt. Die Information muss vollständig sein, sachlich, transparent und verhältnismässig. Sie darf nicht einseitig sein, sondern sie muss auch die Positionen wesentlicher Minderheiten berücksichtigen. Kurz gesagt, Information Ja, Propaganda Nein. Gleichzeitig stellt die Digitalisierung die Behörden vor Herausforderungen. So gilt es nämlich, mehrere Kanäle parallel zu bespielen. Auch die Einhaltung dieser vorher genannten gesetzlichen Vorgaben stellt eine gewisse Herausforderung dar. Namentlich eben, was das Kriterium der Sachlichkeit betrifft. Denn nicht ohne Grund sagt der Volksmund, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In der visuellen Kommunikation, also in der Wahl ihrer Bildsprache, müssen die Behörden deshalb besondere Vorsicht walten lassen. Der Bundesrat erfüllt den gesetzlichen Informationsauftrag mit einem wachsenden, sogenannt crossmedialen und digitalisierten Angebot. Die Abstimmungserläuterungen selber, also das Bundesbüchlein, ist seit bald zwei Jahrzehnten, mindestens sechs Wochen vor dem Urnengang elektronisch zugänglich. Seit 2016 ergänzen sogenannte Erklärvideos zu den einzelnen Abstimmungsvorlagen diese schriftlichen Erläuterungen. Und mit Votinfo, einer App, erhalten die Stimmberechtigten sämtliche Abstimmungsinformationen von Bund und Kantonen sozusagen aus einer Hand. Die seit Februar 2019 verfügbare App bietet Zugriff auf die eidgenössischen sowie die kantonalen Vorlagen, die Abstimmungsfragen, die entsprechenden Erläuterungen und die verfügbaren Videos. Und am Tag des Urnenganges selbstverständlich auch auf die provisorischen amtlichen Abstimmungsergebnisse. Diese App entspricht einem ausgewiesenen Bedürfnis. Ende Oktober 2020 waren 360'000 installierte Apps auf aktiven Geräten zu verzeichnen. Und mit Blick auf die Nutzung verweise ich auf folgende Zahlen. Im Vorfeld des Urnenganges vom 27. September haben rund 220'000 User rund 1,1 Millionen Seiten in dieser App angeschaut. Also auf die Erläuterungen zugegriffen. Am Abstimmungstag selber haben dann rund 170'000 User in 340'000 Besuchen die Resultate angeschaut und dabei rund 2,4 Millionen Seitenansichten getätigt. Für die Zukunft stehen weitere Ausbauschritte an. Bund und Kantone sind daran, die Gemeindeebene in votinfo sukzessive zu integrieren. Von einer Erfolgsgeschichte nun zu einer eher etwas dornenvollen Geschichte, würde ich sagen. E-Voting, die elektronische Stimmabgabe. Wo steht die Schweiz heute? Nachdem über mehrere Jahre bis zu 14 Kantone E-Voting angeboten hatten, steht derzeit kein einsatzbereites System zur Verfügung. Oder anders ausgedrückt, den Fans von Little Britain sicher geläufig, the computer says no. Der Kanton Genf hatte 2018 entschieden, sein eigenes System nicht mehr weiterzuentwickeln und hat die Versuche eingestellt. Die Schweizerische Post hat ihr System im Sommer 2019 aufgrund von festgestellten Mängeln im Quellcode zurückgezogen und arbeitet seither an Verbesserungen. Der letzte Urnengang, bei dem E-Voting zum Einsatz kam, war im Mai 2019. Seither fanden keine Versuche mehr statt und auch bei den Nationalratswahlen 2019 war E-Voting zum Leidwesen vieler Auslandsschweizer Stimmberechtigten nicht mehr im Einsatz. Der Bundesrat hat die Bundeskanzlei beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Neuausrichtung des Versuchsbetriebes zu erarbeiten. Gemäss diesem Auftrag sollten vier Schwerpunkte bei der Neuausrichtung dieses Versuchsbetriebes gelegt werden. Erstens die Weiterentwicklung der Systeme hin zur vollständigen Verifizierbarkeit mit einem besonderen Fokus auf die Qualität des Quellcodes. Zweitens wirksamere Kontrollen. Diese sollten unabhängige Prüfungen zu umfassen und das Risikomanagement verbessern. Drittens eine Stärkung der Transparenz und des Vertrauens durch Zugang zum Quellcode und einem Dialog mit der Öffentlichkeit. Und viertens die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft sollte ausgebaut und kontinuierlich vorgesetzt werden. Ein eigentlicher Meilenstein für die Neuausrichtung stellt denn eben dieser von Bund und Kantonen breit angelegte Dialog mit Expertinnen und Experten dar. Am Dialog haben sich mehr als 20 in- und ausländische Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie beteiligt. Insgesamt gingen über 700 Stellungnahmen ein. Die Ergebnisse dieses Dialogs sollen demnächst veröffentlicht werden. Ohne der Publikation vorgreifen zu wollen, kann Folgendes festgestellt werden. Die Expertinnen und Experten sind der Ansicht, dass in der Schweiz im bisherigen Versuchsbetrieb schon viel erreicht wurde. Viele können sich vorstellen, dass E-Voting sich bis in 15 Jahren als vertrauenswürdiger Stimmkanal etabliert haben wird. Einige sind nicht sicher, ob E-Voting das nötige Vertrauen gewinnen kann. Handlungsbedarf sehen die Expertinnen und Experten vor allem bei der Sicherheit und bei der Transparenz der Systeme sowie ihrer unabhängigen Überprüfung. Unbestritten ist, dass auch der Sicherheit der herkömmlichen Wahl- und Abstimmungsverfahren Beachtung zu schenken ist. Ein perfektes System, das gibt es nicht. So ein Fazit aus diesem Dialog. Weder Manipulationen noch technische Fehler können je vollständig ausgeschlossen werden. Systeme lassen sich aber technisch und betrieblich so konzipieren, dass Wahlbetrug sehr schwierig und aufwendig wird. Die Verifizierbarkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse dieses Dialogs sollen demnächst veröffentlicht werden und sie sollen die rechtlichen und technischen Grundlagen für den neuen Versuchsbetrieb bilden. Und wie sehen denn diese nächsten Schritte aus? Bundesbund und Kantone sind derzeit daran, die künftigen Anforderungen an den Versuchsbetrieb auszuarbeiten. Spätestens im ersten Quartal 2021 wird die Bundeskanzlei dem Bundesrat Antrag stellen. Im Falle eines positiven Beschlusses des Bundesrates werden dann die Rechtsgrundlagen revidiert werden müssen. Eine entscheidende Frage wird aber auch die Möglichkeit der Finanzierung der Umsetzung der künftigen Massnahmen sein. Mit Blick auf diese Massnahmen ist eine Etapierung vorgesehen. Zu ihren Unterschieden werden kurz-, mittel- und längerfristigen Massnahmen. Denn über den Entscheid, also den eigentlichen Beschluss über einen Wiedereinsatz des verbesserten Postsystems, wird letztlich der Bundesrat haben. Bei welchem Urnengang das sein wird, muss sich offen lassen. Einzelne Kantone streben aber den November-Urnengang 2021 für eine Wiederaufnahme der Versuche an. Der konkrete Fahrplan hängt aber ab von der Umsetzung der Massnahmen zur Neuausrichtung, sowie auch vom Stand der Verbesserungsarbeiten bei der Post. Es gilt der Grundsatz Sicherheit vor Tempo. Neben dem Ausbau von Votinfo und der Neuausrichtung des E-Voting-Versuchsbetriebes, arbeitet die Bundeskanzlei auch an der Umsetzung der Massnahmen aus dem Civic Tech-Bericht des Bundesrates. Mit dem Postulat von Ständerat Damian Müller, die Chancen von Civic Tech nutzen, wurde der Bundesrat beauftragt, sich mit der Frage zu befassen, wie mit den Möglichkeiten von Civic Tech Bürgerinnen und Bürgern besser am politischen Prozess in der Schweiz teilnehmen können. Der Bundesrat sollte Anwendungs- und Handlungsmöglichkeiten vorlegen. Der Bericht liegt seit Mai dieses Jahres vor. Ich empfehle Ihnen diesen Bericht selbstredend zur Lektüre. Sie finden diesen online auf den admin.ch Seiten. Das Wichtigste in a nutshell. Der Bericht stellt fest, dass in der Demokratie schweizerischer Prägung der politische Einfluss anders als in anderen westlichen Demokratien weniger davon abhängt, wer die Wahlen gewinnt oder welche Partei sich bei Koalitionsverhandlungen am besten durchzusetzen vermag. Vielmehr hängt eben der Einfluss namentlich von der Fähigkeit ab, Sachgeschäfte von der Entstehung bis zur Umsetzung zu begleiten, von der Wiege bis zur Barre, sozusagen. Welche Massnahmen plant der Bundesrat im Lichte dieser Erkenntnis? Erstens ein Datenmodell für politische Geschäfte, bei denen der Prozess von Sachgeschäften allgemein zugänglich abgebildet, nachverfolgbar und planbar aufgezeichnet wird. Sozusagen eben von der Wiege bis zur Barre. Darauf kann, muss aber nicht, ein Ökosystem von Civic-Tech-Anwendungen entstehen. Im Bereich der Vernehmlassung sollen zweitens die digitale Eingabe, Auswertung und Nutzung von Vernehmlassungsantworten erleichtert werden. Und drittens, es soll eine Publikationsplattform für Petitionen geprüft werden. Gerade während der Corona-Pandemie wurde dieses verfassungsmässige Recht, von den Behörden gehört zu werden, überdurchschnittlich oft genutzt. Gegen 90 Petitionen wurden im laufenden Jahr bei der Bundeskanzlei zu Handen des Bundesrates eingereicht. Das sind rund drei- bis viermal so viele Petitionen wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Der staatspolitische Nutzen, aber auch die technische Machbarkeit dieser Publikationsplattform sollen von der BK in den kommenden Monaten geprüft werden. Ich fasse zusammen. Die Wahl- und abstimmungsorganisierenden Behörden von Bund und Kantonen arbeiten derzeit daran, an einem weiteren Ausbau der digitalisierten Information der Stimmberechtigten via VotAfo. Dann an der Neuausrichtung des Versuchsbetriebs der elektronischen Stimmabgabe. Und drittens eben an der Umsetzung verschiedener Massnahmen im Bereich Civic Tech. Ausserdem ist vorgesehen, für das kommende Jahr unter Einbezug der Kantone eine Analyse der Wahl- und Abstimmungsprozesse vorzunehmen und bei Bedarf Massnahmen auszuarbeiten, die die Wahrnehmung der politischen Rechte namentlich auch in ausserordentlichen Lagen sicherstellen. Gleichzeitig sieht die Bundeskanzlei in ihren Jahreszielen 2021 vor, Kantone, die Pilotversuche im Bereich E-Collecting durchführen wollen, bei Bedarf zu unterstützen. Die Kantone Baselstadt und St. Gallen haben für entsprechende Versuche die Rechtsgrundlage geschaffen. Die Kantone agieren hier einmal mehr als wichtiges Labor im Bereich der politischen Rechte. Die Geschichte zeigt, dass Instrumente, die sich auf kantonaler Ebene bewähren, über kurz oder lang auf eidgenössischer Ebene durchsetzen können. Zudem soll die Möglichkeit der Digitalisierung von Teilprozessen bei Unterschriftensammlungen, namentlich der Bescheinigungsprozess, geprüft werden. Bei der Konzeption entsprechender Versuche muss es das Ziel sein, nicht einfach die bestehenden Prozesse zu digitalisieren. Vielmehr besteht die Notwendigkeit, die Prozesse und allenfalls auch Zuständigkeiten gänzlich neu zu denken, um einen echten Mehrwert für die Zukunft zu generieren. E-Collecting ist eben damit kein Digitization-Vorhaben. Es geht nicht um die reine Digitalisierung bestehender Prozesse, sondern grundsätzlich um die Funktionsweise demokratischer Instrumente. Last but not least beteiligt sich die Bundeskanzlei aber aktiv auch an weiteren wichtigen Projekten. Dabei geht es um die Herausforderungen respektive die Risiken der E-Demokratie. Ich möchte vorab zwei Beispiele nennen. Zum einen unterstützt die Bundeskanzlei das Bundesamt für Kommunikation bei der Erarbeitung eines Berichts bezüglich der möglichen künftigen Gouvernanz, also der Regelung von Intermediären. Es geht dabei, etwas vereinfacht gesagt, um den Schutz der Demokratie vor Desinformation und Beeinflussungsoperationen via die sozialen Medien. Zum anderen will sich die Bundeskanzlei namens der Schweiz aber auch aktiv bei der Erarbeitung von möglichen Guidelines des Europarates im Bereich der New Voting Technologies einbringen. Und damit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen. In Vorstellungsgesprächen werden Kandidatinnen und Kandidaten häufig gefragt, wo sie sich denn in fünf bis zehn Jahren sehen. Lassen Sie uns diese Frage nicht mit Blick auf mich persönlich, sondern mit Blick auf die politischen Rechte und die Digitalisierung beantworten. Ohne Gewähr versteht sich. 2030 wird die Transformation der Demokratie auch, aber nicht nur getrieben durch die Covid-Pandemie, weiter fortgeschritten sein. Schillardi, Dermond und Kubli, die Forscher, die ich zu Beginn erwähnt habe, werden dann zumal im Jahrbuch 2030 für direkte Demokratie hoffentlich feststellen können, die Transformation der Demokratie sei in der Schweiz weit fortgeschritten. Die vorsichtig digitalisierte politische Partizipation sei um neue Anwendungsfelder wie die E-Vernehmlassung oder Versuche mit E-Collecting erweitert worden. Die Sicherheit des E-Collecting-Stimmkanals werde durch ein dynamisches Risikomanagement, eine Open-Source-Lösung und kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung Rechnung getragen und erlaube den Auslandsschweizer Stimmberechtigten und Menschen mit besonderen Bedürfnissen die uneingeschränkte politische Partizipation. Gleichzeitig hätte man die Herausforderungen und Risiken der Digitalisierung im Bereich der Meinungsbildung durch eine international abgestimmte Gouvernanz im Bereich der Intermediäre und sozialen Medien, im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich der New Voting Technologies antizipiert. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen. Frau Perjar, sehr spannend war dieser kohärente Überblick. Es ist wirklich, man kann sagen, ein Gesamtrundumschlag. Wir wissen jetzt eigentlich alles, was läuft. Wir haben jetzt noch genau zweieinhalb Minuten, nicht so viel Zeit für Fragen. Aber Sie haben hier sehr wenige Fragen offen gelassen, muss ich sagen. Ich glaube, das, was die Leute jetzt am meisten interessiert, Sie haben es erwähnt, heute, 3. November, klassisch der amerikanische Wahltag. Wir reden hier über E-Demokratie. In Amerika wird vom Präsidenten höchstpersönlich die Briefwahl anzweifelt. Sicherheit ist ein Thema, gerade im Rahmen dieser ganzen Digitalisierung. Wie fest habt ihr das Gefühl, dass aufgrund von solchen Dingen auch Misstrauen gesetzt wird oder Misstrauen kommt in den Leuten und das zu problematischen Situationen führen kann in die Zukunft? Also ich denke schon, dass die Diskussion, wie sie geführt wird in den Vereinigten Staaten, die wird nicht ohne Einfluss bleiben, auch auf Diskussion in Europa. Gerade jetzt in der Zeit der Covid-Pandemie haben sich verschiedene Staaten in Europa gefragt, wo wir die voraussetzungslose Briefwahl abgeführt werden können. Wir vergessen immer das System, wie es die Schweiz kennt, mit der wirklich voraussetzungslosen Briefwahl abgeführt. Das kennen in dieser Form und dieser Ausprägung nur wir. Und dieser Kanal geniesst bei uns ein hohes Vertrauen. Dafür spricht das, dass rund 90 Prozent von denen, die an einer Abstimmung teilnehmen, auch diesen Kanal wählen. Also von dem her ist es aber auch hier, letztlich geht alles auf die Frage zurück vom Vertrauen. Was für ein Vertrauen besteht von Seiten der Bevölkerung in Behörden? Andererseits natürlich auch umgekehrt von den Behörden in die Stimmberechtigten. Und dort haben wir in der Schweiz doch eine einmalige Situation. Und das ist auch ganz ein wichtiges Gut. Und das gilt es wirklich für die Zukunft auch unbedingt zu bewahren und zu verteidigen. Also eigentlich, wenn ich euch wahrnehme, der demokratische Prozess ist ein heiliger, ist ein wichtiger in so alten Demokratien, wie wir uns auch drinnen befinden, zum Glück. Die Briefwahl ist dort eigentlich innovativ, wenn man es jetzt vergleicht international. Trotzdem, wir sind hier im Rahmen der Digitaltage. Man kann nicht zufrieden sein. Ich glaube, auch ihr könnt nicht zufrieden sein. Und das habe ich auch herausgespürt. Der Bundesrat ist auch nicht zufrieden. Mit der Situation, mit den problematischen Testlagen des EKH in Romody. Was denkt ihr, ihr habt euch vorhin eine solche Roadmap vorausgesetzt. Wann kann ich zuerst einmal elektronisch eine wichtige, richtige Abstimmung wählen? Gut, also ich bin nicht Madame Etoile. Aber doch, es gibt einen provisorischen Fahrplan. Aber letztlich besteht es und fällt es mit der Sicherheit. Die muss gewährleistet sein und auch mit dem Vertrauen. Das Vertrauen hat in den vergangenen Jahren gelitten. Und verschiedene kantonale Parlamente sind eigentlich, in ihrem Wunsch und ihrem Willen, E-Voting die elektronische Stimmabgabe einzuführen, sind sukzessive zurückgekrebst. Und auch auf eidgenössischer Ebene hat es immer wieder unterschiedliche Signale gegeben, wo sehr viel vom Missbrauch dann eben irgendwo gedreht war. Und das Vertrauen müssen wir durch die Offenlegung von Quellkort, durch Verbesserungen an das System, wirklich wieder zurück gewinnen. Ein Zeithorizont, wenn Schweizerinnen und Schweizer, also Stimmberechtigte im Inland, werden E-Voting wirklich in einem grösseren Stil nutzen können. Ich will heute keine Prognose mehr. Aber ich spüre, dass wieder auf der politischen Ebene mehr Willen und Wunsch da ist. Ich glaube, auch befördert durch die Covid-Pandemie. Dass man wirklich in E-Voting als Mittel sieht, auch in ausserordentlichen Lagen, einen Urnengang für alle Stimmberechtigte durchzuführen. Aber ich denke da eben auch gerade an Menschen, die jetzt diesen schützenswerten Gruppen angehören, diesen besonders gefährdeten Gruppen angehören. Und natürlich eben die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die Probleme gehabt haben bei der Postzustellung. Frau Peria, das war extrem spannend. Wir können ewig weitermachen, aber leider haben wir keine Zeit mehr. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überlebt habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überlebt habe.